Der Covid-19-Impfstoff der Firma AstraZeneca ist wie die anderen Covid-19-Impfstoffe auch ein hochwirksamer Impfstoff in allen Altersklassen. Er ist zum Beispiel deutlich wirksamer als Grippeimpfstoffe das meistens sind. Er verhindert zu quasi 100 Prozent einen Tod an Covid-19 oder auch eine sehr schwere Erkrankung und verringert das Risiko überhaupt zu erkranken um etwa 75 bis 80 Prozent, was sehr gut ist. Abgewogen werden muss das gegen das Risiko einer schweren Impfnebenwirkung. So etwas tritt in Form dieser seltenen Thrombosen mit gleichzeitiger Blutungsneigung bei jungen Erwachsenen bei etwa 10 pro einer Million Geimpfter auf. Damit ist ein Tod an Covid-19 in dieser Altersklasse immer noch um etwa den Faktor 4 bis 10 wahrscheinlicher als ein schwerer Impfschaden. Noch viel positiver ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis in der Altersklasse der älteren Menschen über 60, für die die STIKO diesen Impfstoff ja empfiehlt. Da treten schwere Impfschäden bei etwa 4 pro einer Million Menschen auf, während etwa 800 pro eine Million Menschen in dieser Altersgruppe an Covid-19 verstorben sind. Insgesamt ist der Impfstoff also wirksam und hat ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis in allen Altersklassen und bei den über 60-Jährigen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis überragend positiv für den Impfstoff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017